Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Letzte Killer-Folge für diese Woche. Wieder mit dem Ghostface. Ich hoffe diesmal wird es wieder so eine... Och ne... Oh ja, bitte. Ich hoffe diesmal wird es wieder so eine erfolgreiche Runde wie die letzte. Viermal schillernd. Hat man nicht oft, muss ich ehrlich sagen. Habe ich nicht oft, aber es kommt auch bei mir vor. Langsam gewöhne ich mich ja richtig gut an den Killer. Aber nur an ausgewählte Killer, nicht an alle. Also wie gesagt, mit Badewanenkopf will ich nicht spielen. Badewanenkopf ist nicht mein Killer. So. Ja, das lesen wir jetzt jede Folge. Jede Killer-Folge diese Woche hatten wir diesen Tipp. Nennen wir es mal Tipp. So. Genau. Da werden wir mal sehen, wie es diese Woche läuft. Irgendwie haben wir diese Woche nur diese Mappe, oder? Also zumindest so ähnliche. So, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hallo. Hast du jetzt vergessen, mich anzugucken? Naja, wie doof bist denn du? Entschuldige bitte, aber... Ah, es tut mir leid. Aber nicht weh. Ich komme gleich. Ich bin da. Oh. Oh. Ah, hey. So, komm her, Fang! Wollen wir den neuen Haken für dich? Bin ich gerade an ihm vorbei gelaufen? Na, ist auch in Ordnung. Ihr seid doch tot, oder? Also, na? Wenn ich hier stehe, dann könnt ihr euch doch nicht heilen. Was denken die eigentlich, wie doof ich bin? Ich komme mir ja richtig Arschloch-mäßig vor. Ohne Scheiß! Ich höre sie doch jammern. Ah! Wo ist denn da Nioh? Hm. Na gut. Ich suche eigentlich jetzt mal Nioh. Das wäre mir wesentlich lieber. Aha! Da warnte was. Nioh! Bin ja nicht ganz so doof. Nicht doof, sondern gemein. Ich will ja nicht tunneln oder so. Wieso gucke ich eigentlich immer so weit hoch? Ich verstehe es nicht. So, hier haben wir gleich einen Haken. Nioh, komm reg dich nicht auf. Du hängst das erste Mal. Ich geh ja schon. Entschuldigung. Okay. Jetzt kann ich wieder zurück gehen? Oh, wie schade. Oh, wie schade. Tschüss. Oh, wie schade. Ja, ich sag da nichts dazu, ne? Ah! Ja, ich sage da nichts dazu, ne? Besuchst du die jetzt runter zu holen? Na, was macht denn ihr? Jetzt ohne Scheiß? Warum macht ihr es mir so einfach? Das Schlimme ist, es sind alle tot, wenn sie das nächste Mal hängen. Nee, du gehst jetzt in den Keller. Ich habe die Schnauze voll. Ab in den Keller. Dort kannst du sterben. Abwärts. Guck mal, Keller ist schön. Hier ist es schön gemütlich. Tschüss, schönen Tag noch. Sue! Okay, ich habe jemanden gesehen, ich weiß auch nicht wo. Das ist gut, oder? Aha. Hier war ein Kratzsporn. Entschuldigung. Mir krabbelt es echt verdammt im Hals. So, mal sehen, ob Fang jetzt die Luke kriegt oder nicht. Gönnen tue ich sie im Prinzip nicht, weil die haben echt doof gespielt. Aber wenn sie sie kriegt, kriegt sie sie. Aber wenn sie sie kriegt, kriegt sie sie. Sorry, kriegst du nicht. Ab in den Keller. Der Keller ist schön. Der Keller macht Spaß. Klar macht er Spaß. Gucke hier, du kriegst nur deinen eigenen Haken. Der andere ist mit Fang besudelt. Bitteschön. Stürft im Keller. Bitteschön. Stürft im Keller. Und jetzt habe ich nämlich bloß Gold gekriegt bei Verfolger. Aber trotzdem zwei Pips. Völlig in Ordnung. Bin völlig zufrieden. Die Fang war auf Prestige 12. Also musste ja ein bisschen was auf dem Kasten gehabt haben. Aber wie man sieht. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao.